Heute zeige ich dir wieder fünf Tipps zu deinem neuen Mercedes und dabei sind auch zwei gleiche Tipps bei, aber auch zwei Tipps, die du unbedingt brauchst, wenn es draußen sehr heiß ist und du keine Vorklimatisierung hast, also kein elektrisches Auto mit einer Standklimatisierung. Das habe ich nicht, deswegen hilft mir das immer ganz gut und ich würde sagen, wir starten mit Tipp Nummer 1. Und zwar für Tipp Nummer 1 würde ich meine Mercedes-Me-App zur Hand nehmen. Ich weiß nicht, Julian, willst du das so sehen? Kannst du das so zählen? Jo. Okay. Ich kann nämlich über die Mercedes-Me-App meine Fenster öffnen. Das heißt, wenn es draußen 40 Grad sind oder wenn es draußen 30 Grad sind, dann ist es natürlich im Auto auch immer extrem warm und dann ist es zum Beispiel, wenn man die Fenster schon vorher öffnen kann. Das kann man zum einen in der Mercedes-Me-App tun und zwar gehe ich jetzt hier mal auf mehr. Hier seht ihr mein Auto, sieht genauso aus, wie es hier steht. Und wenn ich jetzt auf mehr gehe, wähle ich den Punkt Fenster aus und unter Fenster kann ich jetzt meine Fenster öffnen und schließen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte die ganzen Fenster in Lüftungsstellung bringen oder ich möchte die Fenster ganz öffnen. Hätte ich jetzt ein Panoramaschiebedach oder ein Schiebedach, könnte ich das natürlich auch hier drüber öffnen. Ich kann auch übrigens sagen, wenn ich jetzt einheitlich steuern ausmache, ich möchte nur meinetwegen Fahrerfenster öffnen oder Beifahrerfenster oder Fahrerfenster hinten. Ich möchte aber alle einheitlich steuern und ich gehe jetzt mal auf den Punkt, alle Fenster öffnen. Ich muss jetzt meinen Pin angeben, denn ganz wichtig, zum Öffnen muss ich immer meinen vierstelligen Code angeben oder meine Face ID oder Fingerabdruck nutzen und dann kann ich öffnen. Und ihr seht, die Fenster gehen auf, das kann ich von überall aus machen, also egal wo ich bin, kann ich meine Fenster öffnen und ich kann natürlich auch die Fenster wieder schließen, wenn ich es zum Beispiel vergessen haben sollte. Sollte es regnen, ich habe jetzt kein Wasser dabei, sollte es regnen und der Regensender schlägt an, fahren die Scheiben auch automatisch wieder hoch oder in Lüftungsstellung. Wenn ich das Ganze hier zumachen möchte, schiebe ich einfach erstmal einmal auf Lüften, muss ich trotzdem wieder einen Pin angeben, okay, weil die Fenster offen bleiben. Jetzt fahren die Fenster in Lüftungsposition, zack, das heißt ein bisschen Durchzug. Jetzt sind die Fenster in Lüftungsposition oder ich gehe jetzt auf Schließen und die Fenster schließen ganz. Zack, so einfach geht es. Das war Tipp Nummer 1, Fenster öffnen über die Mercedes-Benz. Probiert es mal aus und sagt mir gerne, über welchen Fahrzeugen es funktioniert, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon bei allen Fahrzeugen geht. Ich meine aber, dass es sogar schon ab der NTG 5.5 geht. Aber probiert es aus und schreibt mir mal, ob ihr mit eurer Mercedes-Benz mir eure Fenster öffnen könnt. Gerne in die Kommentare und dann haben wir natürlich alles was davon. Der Tipp Nummer 2 wäre das Öffnen der Fenster über meinen Schlüssel. Das heißt, das nennt sich Komfort öffnen und schließen. Auch da ist es so, es geht nicht bei allen Fahrzeugen, zum Beispiel bei der vorherigen C-Klasse oder bei der vorvorherigen C-Klasse, also beim 205 vor Facelift, geht es nur mit Kielesgum, mit dem GLC glaube ich auch. Bei den meisten sonst geht es aber tatsächlich immer eigentlich. Bei mir geht es, wenn ich nah bin. Okay, genau. Denn da ist es so, wenn ich jetzt das Komfort öffnen über den Schlüssel nutzen möchte, muss ich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges sein. Das heißt, ich stehe jetzt vor meinem Fahrzeug, drücke lange auf die Aufschließen-Taste und kann damit meine Fenster öffnen und anhalten, wo ich möchte. Ich kann natürlich ganz runterfahren können. Wenn ich jetzt ein Panoramaschiebedach oder ein Schiebedach hätte, würde auch dieses mit aufgehen und dann quasi das ganze Fahrzeug belüften. Wenn ich jetzt meine Fenster schließen möchte, kann ich es auf dem umgekehrten Wege wieder tun. Ich drücke auf Fahrzeug abschließen, halte gedrückt und kann dann auch in unmittelbarer Revier die Fenster schließen, wenn ich weggehe. Okay. Ich weiß nicht, aus welcher Nähe es geht. Ich versuche es mal von hier. Moment. Ah, geht immer noch. Ich gehe mal weiter weg. Geht immer noch. Aber ist ja schon mal ganz okay. Wenn ich noch weiter weggehe, geht nicht mehr. Okay, das ist also zu weit weg. Ich würde also behaupten, von hier, oder soll ich mal gucken, ich gehe mal noch ein Stück weiter ran. Ha, hier geht es. Ich gehe mal ganz grob ab. Eins, zwei, drei, vier. Okay, also in der Ferne von vier Metern zum Auto kann ich noch meine Fenster mit dem Schlüssel öffnen und schließen. Aber ganz wichtig, das heißt nicht, dass das bei allen Fahrzeugen geht und das heißt auch nicht, dass es wirklich vier Meter wandern. Das waren jetzt meine Beine, die ich gemessen habe. Wichtig in unmittelbarer Nähe sein, um die Fenster mit dem Schlüssel öffnen und schließen zu können. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie viele Meter das bei euch sind. Genau, das ist auch gut. Also sagt bitte, was für ein Auto ihr fahrt und schreibt dann rein, wie viele Meter ihr vom Auto entfernt wart. Und witzig wäre natürlich dann zu sehen, wie ihr vor eurem Auto steht und alle so Meter weg geht und versucht, euer Auto aufzuschließen. Und eigentlich kann ich das ja auch gar nicht rechnen, weil ich habe ja gerade so gestanden und meinen Arm ausgestreckt. Das ist ja noch einen Meter weniger. Also nur drei Meter. Also egal. Egal. Wir machen weiter mit Tipp Nummer drei. Ihr wisst jetzt, wie ihr euer Fenster aufkommt, wenn es zu heiß ist. Und wenn ihr das nicht könnt oder nicht wollt oder nicht möchtet, dann habt ihr hoffentlich ein Elektroauto, ein Plug-in-Hybrid, der eine Standklimatisierung hat. Und dann könnt ihr eure Standklimatisierung auch nutzen. Weiter geht es mit Tipp Nummer drei und da habe ich noch einen Tipp aus der Mercedes-Mee-App. Und zwar, wie ich mein Auto bestmöglich überwachen kann. Ihr wisst ja, wenn ihr Mercedes-Mee nutzt, könnt ihr hier über die Ortung immer sehen, wo sich euer Fahrzeug befindet. Ich bin jetzt unmittelbar in der Nähe meines Fahrzeuges. Das heißt, da sehe ich genau, okay, hier ist mein Auto. Ich kann aber auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand mein Fahrzeug fährt und ich nicht möchte, dass er einen bestimmten Umkreis verlässt. Ich kann nämlich einen Geofens anlegen, also einen Umkreis um mein Fahrzeug. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch mal. Ich gehe hier aufs Haus, gehe dann auf mehr und habe dann die Möglichkeit, hier unter dem Punkt Fahrzeugüberwachung, ein Geofens anzulegen oder ein Gebiet anzulegen. Das heißt, ich kann jetzt ein Gebiet hinzufügen. So, ich wähle jetzt mal den Umkreis. Also ich kann theoretisch das Ganze so groß machen, wie ich möchte, indem ich sage, sobald mein Fahrzeug den Umkreis meinetwegen von Deutschland verlässt oder wie auch immer, bekomme ich eine Nachricht. Oder ich kann jetzt auch sagen, ich bin im Urlaub und möchte sofort benachrichtigt werden, wenn mein Fahrzeug den Hof verlässt. Das heißt, Moment, ich muss noch mal weiter ran. So. Was machen wir denn, Julian? Machen wir... Wie eng machen wir das? Das doch mal ausprobieren. Okay. Was dann passiert, wenn du... Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Umkreis von... Weiter. Jetzt kann ich eingeben, wie das Gebiet heißen soll. Jetzt heißt es hier mein Gebiet 27.7.2022. Gebiete und Verhalten. Ich kann jetzt sagen, wann das Ganze auslösen soll. Entweder, wenn das Fahrzeug das Gebiet betritt oder wenn das Fahrzeug das Gebiet verlässt. Oder aber beim Betreten und Verlassen des Fahrzeuges. Und dann kann ich noch sagen, wann soll der Gebietsalarm auslösen. Immer oder halt nur an bestimmten Wochentagen. Könnte ich hier zum Beispiel sagen, von Montag bis Freitag zwischen 0 und 22 Uhr. Ich möchte aber, dass das Ganze immer auslöst und gehe jetzt auf Gebiet speichern. Vechta MB8 C220. Ihr Fahrzeug hat das Gebiet verlassen. Probiert es gerne mal aus. Ich finde es eine coole Sache. Gerade wenn man im Urlaub ist und sagt, ich möchte nicht, dass mein Fahrzeug bewegt wird. Kann man damit ganz schnell feststellen und in... Ja, ich sage mal innerhalb von Sekunden hören oder sehen, dass das Fahrzeug gerade bewegt wird. Ich gehe auf löschen. Oder wir gucken, was passiert, wenn ich draufklicke. Ah, Gebiet verlassen. Um 15.03 Uhr an der Karl-Friedich-Benz-Straße 7a. Das lösche ich jetzt. Und ihr probiert das Ganze mal aus. Ich finde es eine super coole Sache. Ich wollte euch Folgendes zeigen. Und zwar, ich bin hier in der Mercedes-Benz-Me-App, gehe auf mehr. Und habe dann unter dem Punkt mehr nur bei Verbrennerfahrzeugen auch den Punkt individueller Verbrauch. Individueller Verbrauch bedeutet, dass hier alle C220 Diesel angezeigt sind, die so unterwegs sind. Bei Plug-in-Obeling gibt es das auch. Bei Plug-in-Obeling gibt es das auch? Ja. Okay, dann gibt es das auch bei Plug-in-Obeling. Ich fange mal bei mir an. Und zwar seht ihr jetzt hier erstmal zur Erklärung einmal den Durchschnitt aller C220-D-Fahrer. Und diese haben einen Durchschnittsverbrauch von 6,1 Liter. Ich allerdings habe leider in den letzten drei Tagen, nee, in den letzten 30 Tagen einen Durchschnittsverbrauch von 8 Litern gehabt. Bin aber auch, muss ich dazu sagen, viel Kurzstrecke gefahren. Über die gesamte Zeit, die ich gefahren bin, also jetzt über 19.096 Kilometer, habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 7,1 Liter. Das heißt, ich bin ein Liter über dem Durchschnitt aller C220-D-Fahrer. Dennoch bin ich mit dem Verbrauch zufrieden. Jetzt gibt es hier noch einen weiteren Wert. Was ist WLTP? WLTP wird hier nochmal kurz erklärt, dass der angegebene Verbrauchswert von Daimler nach WLTP bei 5,4 Litern liegen würde. Das heißt, theoretisch könnte ich einen Durchschnittsverbrauch von 5,4 Litern haben. Und wie wir sehen, gibt es auch sogar Fahrer, die nur einen Durchschnittsverbrauch von knapp über 4 Litern haben. Und auch einige, die knapp unter 5 liegen oder leicht drüber 5. Also es ist nicht abwegig, diesen Verbrauch zu schaffen. Hier sieht man nur, dass die Spitze aller C220-D-Fahrer bei 6,1 liegt. Was aber nicht heißt, dass der angegebene Verbrauch von Daimler unerreichbar ist. Und jetzt bin ich gespannt. Ich bin also ein Liter über dem Verbrauch. Und Julian, Julian hat jetzt den individuellen Verbrauch nicht aus der Mercedes-Me-App, sondern aus der Mercedes-Me-Eco-Coach-App. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht. Das verlinken wir mal, könnt ihr gerne reinschauen. Da gibt es nämlich noch weitaus mehr Informationen zum Verbrauch und auch zur Nutzung. Also haben Elektrofahrer das auch dann? Genau, Elektrofahrer haben es dann auch, ja. Nur halt nicht in der App, sondern tatsächlich in der Eco-Coach-App. Sehr, sehr gut. Aber, aber, jetzt wird es interessant. Also, der WLTP-Wert von Julians A250e Limousine liegt bei 0,9 Litern auf 100 Kilometern. Das ist natürlich ein Verbrauch, der machbar ist, wenn man sehr viel elektrisch unterwegs ist. Julian hat einen Durchschnittsverbrauch von 2,7 Litern. Der Verbrauch von anderen Fahrern liegt im Durchschnitt bei 3,6 Litern. Das heißt, Julian ist 0,9 Liter unter dem Durchschnittsverbrauch. Ich hingegen bin 1 Liter über dem Durchschnittsverbrauch. Das sind aber die letzten 5 Monate, glaube ich. Guck mal ganz hoch. Oh ja, die letzten 5 Wochen. Letzten 5 Wochen. Und letzten 5 Monate? Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Bei mir sind es nämlich auch schon 4 Monate. Mal gucken, wer besser ist. Hahaha. 0,3. Aber trotzdem ist Julian besser als ich. Muss man zugeben. Dafür sind wir auch beide fast gleich weit entfernt. vom WLTP-Wert. Aber gut. Ist auch egal. Ich habe natürlich verloren. Aber schaut euch gerne mal nach, wie weit ihr vom Durchschnittsverbrauch in Fernsehen seid oder wie gut ihr mit eurem Verbraucher unterwegs seid. Ich finde, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, um zu sehen, fahre ich jetzt wirklich sparsam oder fahre ich so normal oder fahre ich halt auch viel zu verbrauchsstark. Gutes Tool, probiert es aus. Macht Spaß. Und schon sind wir bei Tipp Nummer 5 angelangt. Und dazu schauen wir jetzt mal hier in den Tacho. Und sogar im Tacho, auch wenn es kein Touchscreen ist, ist es so, dass hier doch ein bisschen Staub draus sein könnte. Und auch da könnt ihr den Mein Anders TV-Display-Reiniger nutzen. Und zwar einfach sprühen. So, und wischen. Sorry. Wenn ihr den haben wollt und auch immer mit Fingerabdrücken und Staub zu kämpfen habt auf eurem Bildschirm, geht auf www.meinanders.tv, denn dort findet ihr auch im Shop unseren Mein Anders TV-Display-Reiniger und das Mein Anders TV-Profi-Pflege-Set. Jetzt kommen wir aber zu unserem Tacho, jetzt hier in der neuen C-Klasse. Und zwar kann ich da ja verschiedene Tachostile auswählen. Wenn ich aufs Haus gehe und dann nach rechts wische, habe ich hier nämlich den Punkt jetzt Navigation. Und in der Navigation habe ich jetzt meine Navigationskarte in Vollbild. Und jetzt schaut mal einmal nach rechts auf den Bildschirm, der übrigens auch staubig ist. Dort habe ich jetzt die Satellitenkarte. Und im Tacho, wiederum links, ist keine Satellitenkarte. Und jetzt ist ja die Frage, wie bekomme ich jetzt hin, dass ich auch hier in der Navigationskarte in Vollbild auch die Satellitenkarte habe, um das Ganze im Tacho genauso zu sehen wie im Zentralbildschirm. Ich gehe also jetzt, wenn ich im Tachostil bin, kann ich jetzt hier wischen und kann erst mal durch hoch- und runterwischen den Zoom einstellen, also links am Lenkrad nach oben oder nach unten wischen. Wenn ich aber jetzt einmal auf OK drücke, innerhalb des Tachostils Navigation, dann öffnet sich rechts ein Optionsfenster. Und zwar kann ich dort einmal meine Ziele anwählen, sprich meine letzten Ziele oder meine Favoriten. Oder aber ich gehe auf den Zoom und kann dann ebenfalls hier durch raus- und reinwischen den Zoom wieder nutzen. oder aber ganz wichtig, ich gehe weiter auf Karteneinstellung. Und unter Karteneinstellung kann ich jetzt sagen, zack, Satellitenkarte einschalten. Ich kann den Auto zoomen, ein- oder ausstellen. Und ich kann nur noch die Fahrtrichtung ändern. Ich kann also sagen, 2D-Nordausrichtung oder aber, jetzt gehe ich wieder auf Karteneinstellung, das war 2D-Fahrtrichtung, 2D-Nordausrichtung oder aber auch 3D. Und dann noch ganz wichtig, wenn ich jetzt eine Zielführung aktiv hätte oder habe, ich könnte, ich mache mal einen an, Ziele, letzte Ziele, haben wir, da nehmen wir mal hier, was auch immer das ist. Routenberechnung wird gestartet. Und jetzt seht ihr hier meine Route. Und wenn ich jetzt nochmal draufgehe, auf den Punkt Karteneinstellung, kann ich auch hier sagen, ich möchte die gesamte Route hier sehen. Und schon wird mir die gesamte Route angezeigt. Und dann kann ich natürlich auch hier im Tarot, wenn ich die Sprachbedienung nicht nutzen möchte, die Zielführung abbrechen. Und schon habt ihr einen neuen Tipp, wie ihr noch besser euren Tarot bedienen könnt. Und ich hoffe, das hat euch geholfen. Und ich hoffe, ihr freut euch über diese ganzen Tipps. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es verpassen wollt, abonniert uns gerne. Das freut uns natürlich umso mehr, wenn ihr uns folgt und dementsprechend abonniert habt. Und dementsprechend sage ich, ich sehe euch und ihr seht mich hoffentlich im nächsten Video wieder. Und natürlich auch hinter der Kamera Julian Giesecke. Und damit verabschieden wir uns. Ich bin Joschka Gossel und wie gesagt, Julian Giesecke wie immer hinter der Kamera. Ich bin Joschka Giesecke wie immer hinter der Kamera.